Connor Watson, der will das wissen! Benny Chan, Polizei Hongkong! Hongkong? Die suchen mich nicht, weil ich etwas gestohlen habe, sondern weil ich gesehen habe, wie sie jemanden erschossen haben. Wenn ich mit ihnen zurückgehe, werden die mich töten. Ist mir egal. Eliminiert sie, bevor sie wieder in Hongkong sind. Los! Wir müssen gehen. Jackie Chan und Johnny Knoxville in Skip Trace. Jetzt als DVD, Blu-Ray und VOD.